gau mal, Bronzegegner und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCash 2 2 gegen 2, ich muss mal einmal kurz testen, um mein Soundboard funktioniert Captain Naepaheim, Captain aller Naepaheims ja, da war ein Wunderschöööööön ja, da war ein Wunderschööööööööööön Planet of you wie lange hast du das Ding jetzt da geschnitten? ach, das ist doch schön immer wieder schön, so neue Season haben wir gesehen und wir pushen jetzt den Button mit Israel direkt das beste warum ist das so laut erstmal schon mal direkt anfangen mit dem troll lied das hat schon mal was muss ich sagen die singen alle sprachen der welt zwischendurch alles von die anderen es kommen auch welche die noch andere sprachen singen vor allem hat er so eine ukulele und eine gitarre in einem oder was ist das nee das ist gar keine ukulele was ist das für ein instrument sarok ein saxofon wahrscheinlich was wollte ich denn ich wollte eigentlich sagen ich habe kommentare bekommen die gesagt haben ich soll mich nicht so viel beschweren dass ich terana bin wenn ich sowieso random nehme mache ich trotzdem leute mir doch egal aber ich hauptsächlich push the button das ist übrigens nicht französisch sondern hebräisch andere sprache ausländisches boom ach da erinnere ich mich an wer war damals hier irgendwann ich glaube aus schweden beitrag zum esc ja das haben wir auch irgendwo aber nicht heute logischerweise das ist nun akkordeon dabei und sagt das wäre französisch das ist doch was französisch nein das ist hebräisch ne ich war noch nicht in israel aber da ich mir wenn ich das erste mal die alle höhere über den text dazu nehme weiß ich das oder gibt jetzt in einem kommentar bereich ein riesen aufschreibe behandelt ihr den israel wir behandeln israel nicht wir behandeln das ganz normal wie jedes andere land wir haben auch russland noch in den listen heute die artisten aus russland die nation ist nicht mehr ne damals haben sie ja nur georgien angegriffen da war das egal das ist tatsächlich 2008 ja tatsächlich also da hat irgendwie keine welt sich dafür interessiert das war schon irgendwie ein bisschen merkwürdig aber jetzt ist die ukraine das ist zu nah dran an der nato ja so hat sich der westen verhalten das ist tatsächlich so nein nicht mein weeper mein weeper ist gestorben ich hab grad gemakrot jetzt kommt weiß russland beziehungsweise belarus muss man ja sagen außerdem ja die wild zeitung redet inzwischen wieder von weiß russland ne weil die im krieg sind mit russland zusammen das finde ich auch immer so interessant wie die solche entscheidungen einfach völlig politisch treffen wie für eine troller die die trollen das ist ja quasi jetzt nichts anderes als troll dann oder das ist wirklich sehr leise dieses lied im vergleich zum letzten aber das ist eine frau mit einem mit einem bett lagen oder so vielleicht nicht gut dass du die frauen da so schlecht machst mach ich doch gar nicht du hast gesagt dass du eine bett lagen hast ja die nicht also er nicht aber da war gerade eine frau mit bett lagen wenn du gleich nochmal hin kommst da ist ein riesen bett lagen man weiß ja heutzutage leider auch nicht mehr ist das jetzt weibig oder nicht das ist noch 2008 da hat immer noch klare regeln naja das stimmt auch nicht vor allem nicht mit den gewinnern die wir aktuell haben da ich dachte gerade wir werden angegriffen das sind deine einheiten du hast erstaunlich viele einheiten für meinen geschmack ach wir haben übrigens ich habe übrigens target gescoutet vielleicht hätte ich dir das mal sagen sollen ja aber ich war irgendwie geradezu excited von push the button und co PUSH THE BUTTON PUSH THE BUTTON PUSH THE BUTTON du hast ihn angegriffen ich habe nichts mitbekommen ja aber deine einheiten haben das oracle halb getötet um ehrlich zu sein ohne dass du es mitbekommen hast ja dann hast du dich nicht beschwert ja weil ich da drei stalker eingestellt habe wie sich das gehört oh guck mal ich habe gerade gesehen wie meine einheiten combat shield bekommen haben das habe ich auch selten bisher gemacht aber das war so ein mittelschweren nicht allzu späten push machen jetzt so hast du jetzt so schon ja ich habe stimmen und äh ich bin zu play block ja push jetzt mein ohr das juckt mein ohr fliegt weg du bist dumm wo oder was ich habe letztens mir ist letztens in der arbeit ein faux pas passiert oh ein faux pas was ist denn heute los mit dir du hast gerade schon irgendwas gesagt was ich von dir nicht erwartet hätte ich weiß es nicht ich glaube ich habe Dumbo mit Bambi verwechselt oh das ist es aber auch da kommt er die haben ja gar nichts oh die haben doch ganz viel da kommt der Rest von dem gar nichts übrigens du bist gerade gesplittet ich weiß nicht ob du das willst nee ich vermute nicht wir müssen uns entscheiden wie man zuerst ja wir rennen gerade hin und her wie wild ich geh mal auf den Terraner du fändst sie wie den Prodos machen wir ein faires Duell hier so Terraner ist tot ja ich glaube der Prodos gilt nicht aber wenn der wenn der da kommt der der Rock zur Rettung wollte ich schon sagen nein der Gorix zur Rettung wenn die Nergische Befreiungsfront aus Nergostan kommt nochmal kurz ein bisschen Macron ich bin auch gerade hinten ich bin auch gerade hinten es leidet raus ja lass mal die Mania oh Voidrace meine Kamera schockiert total rum Voidrace kannst du besser kämpfen Voidrace tot Voidrace Anzahl eins nein es waren zwei aber hier kommen jetzt gerade ein Stalker geworpt ich sterbe hier gerade ich mach währenddessen ich bin tot warum dachte du wärst auch irgendwann gekommen da ist der Tank Tank lass mal zum Prodos hoch bevor der er hat ganz viel sehr gerne ich habe übrigens blink ja habe ich gemerkt ich komme auch irgendwann noch jetzt mach ich mal Attack Move weil ich mich verklickt habe äh nicht Attack Move das schlechtere ähm Command Commander Reike aber ich glaube das sieht nicht so schlecht aus aber ich glaube das sieht nicht so schlecht aus ich glaube ich lass das Upgrade delete auf den Warp in mein Gott ich wollte doch hier Addons bauen immer eine dritte Zeug ja aber ich bin noch vorne gerade am Kämpfen ja und Multitasking weiß ich kann der parallel machen von hinten kommen übrigens der Terraner und fängt unsere Reinforcements ab wir müssen Reinforcements Clamer einmal sammeln ja viel Terraner ja geht so aber du hast ein Tank da ja der Tank hat er alles genudelt geht change bleibt sie stehen ja das war doch schon mal ein Nudel auf yes Bronze 1 ich hab das Gefühl das MMR ist ein bisschen äh im Arsch schon wieder aber Blizzard fix das bestimmt noch ich finde die sollten die Lizenz langsam aber sicher an EA verkaufen naja es gehört ja jetzt Microsoft quasi noch nicht aber ist das schon durch oder hat der Kartellamt nochmal einzubinden ne 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 Kartellamt das dauert bis Mitte nächsten Jahres glaube ich aber es sind alle äh äh das sind die gleichen normal übrigens ich esse kurz ein Schokokrossi beziehungsweise ein No-Name Schokokrossi am aller allerliebsten es die Schokokrossis ich finde die die äh nachmachtdinger wo bin ich denn jetzt Terraner ich finde die nachmachtdinger mal viel lecker als die originalen von Nestle oh fangen wir einfach zweimal mit dem Lied an hattest du das auch? ja das ist so ein epischer Auftakt hast du das bei dir auch einmal gestockt? ja ah die Frau in schwarz ah die Opernsängerin Lady in Black du wirst heute zweimal Opern hören heute ist die erste und das hier heute vor allen Dingen und die hat nämlich so ein Licht in der Hand das musst du da nicht auch drauf achten aber du merkst vielleicht auch dass wir relativ viel wieder nicht englische Lieder haben also das war in den drei Jahren da schon viel was ich gut finde also wird man ja nicht englische Teil des ESC's quasi kann daran zusammenhängen dass äh erst im letzten Jahr von denen die wir heute anhören Juries wieder dabei sind das heißt Balkanbonus ist natürlich äh immer noch ganz gut eigentlich aber Opa mit Ufter genau Opa mit Ufter 1 3 alle drei zusammen die geht aber ab nein da kommt die Probe von der Marmelode ok jetzt spielt Doppelgate und nicht der zweite Depot vergessen an Zivetschnie ihr habt nicht gelübend Mineralien ist der schon vorne drinnen? na ja er war nur Probe zu scourn wir sind übrigens gerade Slowenien 2007 Sieben. Das ist doch ein fetziger Song. Ich bin überrascht, dass du gar nicht völlig abgeneigt bist vor Opern. Aber du bist ja heute auch auf einmal gebildet, habe ich gemerkt. Ja! Ich weiß nicht, was da los war. Am besten war das erste, was du gesagt hast, da war ich völlig schockiert. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich auch nicht mehr, aber... Doublegate, aber kein Gebimsel. Robo, okay. Der versucht übrigens gerne zu surrounden. Das hat er bei mir zweimal probiert, beim Zweimal hat er es geschafft. Doublegate? Ich glaube, ich soll mich immer verpieseln. Das hast du schon gesagt. Ja, jetzt würde ich da weggehen, weil jetzt dürfte gleich ein Adept da sein. Oder Astorca, je nachdem. Ja, Adept oder Stockhöre oder irgendwie sowas. Irgendwas Böses. Und zwar kein Stargate, ne? Ne, war ne Robo. Ne, war ne, weil ich ja eine Robo. Das ist eine Robo, die wohl behauptet tut. Serana droppt, aber... Das ist übrigens auch viel Gebur. Das fand ich auch echt heftig in dem Jahr. Vor allen Dingen in diesem, äh... Also da haben wir es jetzt so halb gehört. Es kommen noch Lieder, wo es noch viel extremer ist. Selbst der Gewinner von dem Jahr wird massiv ausgebucht. Vorwärts. Nein, ich wollte canceln. Das hat nicht geklappt mit dem Cancel. Der Gewinner des Jahres ist bestimmt groß. Ja. Tatsächlich. Der ist einfach nur alt. Ja, der rappt aber gleich so halb. Macht's nicht besser. Ich weiß, dass du das nicht magst. Aber ich mag ja komischen Rap von alten weißen Leuten. Aber erstmal ist schon wieder jemand mit Hut da. Irgendwie ist es das Jahr mit den Hut-Leuten. Das ist das Hut, ja. Also ich muss echt sagen, Kroatisch ist schon eine schwierige Sprache auch irgendwie. Das hat aber schon so ein bisschen was von Russland, diese Sprache. Das ist bestimmt wieder Hebräisch oder so, oder? Nein, das ist also Kroatisch oder Serbisch oder es ist halt alles das Gleiche quasi. Sie nennen es zweimal unterschiedlich, aber das ist dann ungefähr so unterschiedlich wie wie du jetzt Bayerisch von Fälzerisch unterscheidest oder so. Also völlig identisch. Ja, Bayern und Österreich sag ich dir. Genau, so ungefähr. Und wenn du einen Serbischen Song übersetzen lässt bei Google Übersetzer oder fliegt ein Depot durch mein Bild, das fand ich auch wissig. Ja, das hab ich gerade geworfen. Wenn du einen Serbischen Song übersetzen lässt, sag dir auch immer, es ist Kroatisch. Also das kann Google nicht erkennen offensichtlich. Das Schlauste, was wir haben an der Menschheit. Weiß der Kollege überhaupt selbst, was er sagt? Oder ist einfach nur so drauf los? Ich hab ein bisschen Eko-Schaden gemacht. Du bist ja immer noch... Du hast ja Dribbel, 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 Dribbel auch cool. Dribbel auch cool. Dribbel auch cool, hab ich. Nicht Dribbel de Podi. Ah, Dribbel de Podi war auch schön. Dribbel de Podi. Ich nehm mal ne Dribbel. Ja, ihr auch. Aber es könnte sein, dass sie jetzt gleich böse sind auf uns und Echsen, äh nicht Echsen eben, sondern eingreifen. Ich hab nicht so viel aktuell. Weil du sie wieder belästigt hast. Ja. Ich hab nicht so viel gerade. Muss ich die Welt gleich wieder retten. Musst du noch kurz die Welt retten. Danach bin ich bei dir. Danach fliege ich mir. Fürchterlicher Song. Ja, das stimmt. Aber immer noch besser als deine, meine, keine Steine. Ja, den hast du ja irgendwo ausgegraben. Das war sogar... Ich hab letztens ein Video gesehen mit den beliebtesten Liedern der Jahre, was weiß ich nicht was. Also in den letzten 10 Jahre. Ich hab eingeladen. Guck mal jetzt, jetzt noch so ein komischer DJ-Scratch dabei. Jetzt geht er richtig ab, du. Aber Leila, Leila, Leila. Immer nur. Ja, der Text ist halt wieder ausgegangen, ne? Tja, das stimmt. Da kann man nix machen, wenn der Text ausgeht. Wir brauchen halt irgendwie drei Minuten. Spasiba. Vielen Dank. Stimmt, der hat vielen Dank gesagt. Und warum stehen hier eigentlich so viele Propes von dir rum? Ich hab keinen Idle-Worker. Ne, ich. Ich bin ja nicht du. Da kommt ein Oro! Ne, wo wächst Oro. Das sind meine. Dribbel der Oro. Lass mal hier die Echse beschützen. Ja, warte, ich immer kurz. Ich baue noch ein bisschen was zum Bauen. Das ist noch genau da rein, da hab ich wieder Tetris gefühlt. Das ist übrigens jetzt Bosnisch. 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 Das klingt so ein bisschen wie so ein Schlaflied. Und Schlage. Da wird angegriffen. Mit dem Overcult. Und die kannst du fertig machen. Jetzt kommt fünf dazu. Jetzt würde ich da langsam überlegen, ob ich mich nicht doch wieder taktisch zurückziehen möchte. Das ist aber auch ein sehr langsames Lied. Ja, ich sag ja, das ist ein leichtes Schlaflied, aber ... Die haben auch eine Trommel. Das macht's. Das macht's. Das macht's. Das macht's. Das ist das macht's. eigentlich wieder eingeklappt noch mehr von dem gelungen ist das keine gute map für echsen diese der meilen weit weg für mich aber gut du hast auch nicht die genommen sondern die ja ich habe die mit dem reichen gas geist hier habe ich genommen brauche ich den reichen gas gesehen natürlich nicht aber das sieht schön aus habe ich nicht gesagt er soll eine exe bauen dann kommt man jetzt sind die eine die exe baut da die überläuft auf meiner main los ich dachte hätte einer außer dritten genommen na gut ist egal es sind viel zu viele leute mit seinem tsch weg hier viele marines da waren viele marines das sagen auch ganz viele das heißt glaube ich danke auch russisch schon wieder bosnien doppel bosnien jetzt hier die sind einfach mehr als dabei ja gut ist der drei jahre guck mal da storm storm ist nicht gut ja ich habe ausdruck ja für dich ist das auch egal dass dort aber ich ich gehe ja eigentlich immer nur mich da hatte ich mir mehr mehr erhofft bei meinen dts das hat nicht so geklappt wie ich das gehofft habe lass mal angreifen gleich wird auch dafür kritisiert dass ich mal so viele selle baue ich werde sowieso in letzter zeit sehr viel kritisiert warum wir steuerst du mal so zack warum ein paar addons an einer breaks und dann lass mal pushen sind die schon fertig erst mal pushen ja ich bewege mich das habe ich noch nicht so gemerkt ist der letzte hast du eigentlich ja da wurde ich ja für kritisiert dass der papier extra welche gebaut eine zahlrocksche reaktion wo sind die hier der hat mir einfach nur dings dieses geburt links dieses auch ein schönes wort oder gegner ich habe den gegner geforst wo ist der vorst gegner irgendwie aufhalten kann es kann ich helfen wie soll ich denn aufhalten als hätte ich einheiten gebaut die vorst viel zahlen ich vermute dass der andere gleich von unten kommt da ist er ich habe nichts getroffen aber ich habe es einfach mal gemacht ja manchmal muss man auch sagen was machen sachen ich habe auch text dabei die habe ich nicht einmal aufgestellt ich habe ja kein blink glaube ich da bist du für versager ohne blink das ist ja ich habe halt nur selle gebaut bisher aber das hat sich gerade geändert oh er hat shield battery overcharge gemacht und der zwei volt race da wäre es ganz gut wenn du was machen willst weil ich habe viele selle da ist die rutsche macht nein das andere y yes immer noch rang 1 rang 100 ja brosse ist unser brone da kann man auch mal gewinnen das stimmt und damit war es das für heute die endcard lebt nicht warum nicht ich mag meine festplätze nicht sagen